hallo und weiter geht's ja der böse cliffhanger wir sind jetzt gerade dabei oder wir wurden gefangen genommen sind dabei uns jetzt zu befreien oder wir müssen uns jetzt erst mal befreien und ja werden auf jeden fall mal sehen müssen wie wir hier rauskommen so bei katze geht ja nicht normalen weg eine katze kennt andere wege und wir sind jetzt im offiziell im gefängnis so einen moment bevor es gleich weitergeht moment 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 so musste noch etwas schreiben also wir müssen jetzt wie gesagt ich glaube das ist muss noch einmal ganz kurz so noch ein stückchen na wieso komme ich jetzt nicht runter ich bin doch schon weit genug ach so ich muss es guten morgen erst mal gucken wie ich hier wieder deswegen so jetzt das gefängnis halten ein nicht wirklich schöner ort so die haben uns übrigens auch jetzt b12 abgenommen also wir können hier jetzt nicht und unterhalten sagen wir es mal so das heißt wir müssen jetzt erstmal rausfinden wie wir quasi weiterkommen oder an unsere sachen kommen weil irgendwo muss ja auch b12 stecken und clementine natürlich das ist auf jeden fall kein freundliches gefängnis das ist 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 normalerweise wir sind ja katze so dann haben wir schon mal den schlüssel also hier nochmal so ein eindruck vom gefängnis ja wir müssen leise sein müssen sehr vorsichtig sein wir haben noch ein paar aufgaben zu erledigen wir haben noch zu tun ich mag die katze ich mag sie und 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 Dann gehen wir ihn mal retten. Er hat uns jetzt auch geholfen, jetzt müssen wir ihm auch mal helfen. Wir müssen vorsichtig sein, sehr vorsichtig. So, wie gesagt, wir können jetzt hier nicht so aufwachen. Wir müssen quasi auch umwegen, da wieder rein. So. Äh, Moment, wie war das nochmal? Ich bin der Meinung, ich bin das letzte Mal von der anderen Seite rein. Ach nee, doch nicht. Hm. So, jetzt muss ich mal gerade kurz überlegen. Ich glaube, wir müssen doch nochmal einmal rum. Ach, das ist das blöde Ding gewesen. So. So. So, dann. So. 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 Ich muss jetzt nur noch an dem nach hinten vorbeigehen. Ah, da komme ich nicht hoch, warte mal, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Moment, jetzt muss ich mal kurz, kurz Lage checken. Äh, ich muss da hinten, warte mal, da komme ich doch gerade her. Moment. Ah nein, ich muss ja eigentlich, ach, da flucht ich, ich habe einen Fehler gemacht, Moment. Ich glaube, hier muss ich durch. Das ist eigentlich ganz schön fies mit der Faust, ne? Ja, küss mich und dann Batsch. So, wir sind alle wieder vereint. Natürlich. So, warte mal. Nein, wir stiften sie nicht zum, zum irgendwas kaputt machen an. Nein, wir sind alle wieder. Nein, ich habe doch nicht gerade im Visier gehabt. So, weiter geht's. So, jetzt wird's interessant. So, also erst einmal müssen wir gleich mal. Also an sich ist es so. So, der erste ist schon mal eingesperrt. Da ist noch eine Erinnerung. Die holen wir uns mal ganz schnell. Oh, ein Moment bitte, ein Moment. So, das geht's. Bis zum nächsten Mal.